Hallo Leute und herzlich willkommen zu Blair Witch. Heute spielen wir weiter und let's go. So, wir sind jetzt auch wieder hier mit Hundi. Aber wir sind jetzt hier wieder im Tag gestartet. Okay, weil... wo bist du? Ach hier. Ah, okay, dann müssen wir das nochmal machen. Okay, schau, warte. Wie hat es hier geschlossen? Da ist ein Tape drin. Können wir mal sehen, was da drin ist. Finde ich auch so. Okay, gucken wir mal. Ja, das haben wir doch schon gesehen. Jetzt ist dann gleich. Genau. Ja, jetzt ist dann gleich alles weg. Ja gut, ähm... Wie mache ich das hier? Ach so. Okay. Was ist das? Das wieder? Ich weiß, es ist ein anderer. Ich hatte auch noch viel Zeit auf ihren Händen. Ja, ich auch so. Okay. Die Hundi hat ja immer eine Spur, oder was? Das ist mir auch... Unheilig. Was ist das? FM 2176. Field Manual. Ah, ja. Erstens, es sind Wäsche und Kurse. Und jetzt, was? Ein Kommando? Ähm... Warte mal, haben wir ein Fog? Alice, die Base. Alice, die Base, hast du eine Kopie? Oh, wir müssen aus der Range sein. Scheiße. Warte, komm. Findest du... Ähm... Es sind noch ein paar Leitungen drin. Vielleicht ein paar Tage alt. Bäh. Ekelhaft, okay. Okay. Äh, warte, wie mache ich das nochmal mit... Wie habe ich mit Hundi gesprochen? Warte, ich muss kurz... Huuu... 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 Genau, ähm... Wir gehen jetzt weiter. Letztes Mal sind wir hier schon ein bisschen gewesen. Aber hier gehen wir besser mal nicht hoch. Hier ist noch ein Fluss. Ja, hier, Leute. Ich habe irgendwas in Wasser gehört. Ich glaube, hier ist reingefallen. Alter, also die Steps von Hundi, die sind schon sehr... Creepy. Ja. Ich... Boah. Eigentlich schon wieder gar keinen Bock, wo wir spielen. Hey, buddy. Was ist falsch? Was ist denn? Ähm... Wo bist du? Ich habe Angst. Ich weiß, buddy. Ich weiß. Ich weiß. Bulli, schau. Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Wir sollten hier nicht sein. Nichts, eh? Wo ist jetzt Bulli? Achso, hier. Glück, sehe ich das Halsband. Komm, warte mal. Bleib dicht, Bulli. Komm. Geh ein bisschen weg. Gefällt es dir scheinbar nicht so. Von was, dass wir verfolgt werden. Ich habe mich halt auch null gespoilert. Ach, wo wollen wir hin? Oben oder nach unten? Komm, wir gehen mal hoch. Ja, wir sind ja im ersten Part von oben runtergebrannt. Dann ist das bestimmt nicht schlecht. Ich habe so Angst, wenn ich plötzlich irgendeine Gestalt sehe oder so. Ich hoffe halt auch, dass das Flashlight nicht schwächer wird. Sonst haben wir ein Problem. Was ist gerade passiert? Okay. Alles klar. Ähm, jetzt haben wir drei Wege. Gehen wir mal hier hin lang. Hallo, da hinten geht es wieder zu dem Zelt. Komm, hier unten drauf. Dieser Baum hier wartet. Dann komm, wohl jetzt. Dann haben wir um den Kreis gelaufen. Wow. Oh man. Oh man. Da gehen wir halt hier durch. Fett. Komm schon, wir müssen kurz ein bisschen spielen. Let's go, weiter geht's. Wir müssen das machen, Alter. Dann sind wir gefeierter Helden. Wir werden das schaffen. Wenn wir verrecken, dann juckt es hier niemanden scheinbar. Jetzt sehen wir wieder hier. Oh, hier ist es. Wir lassen uns nicht so sein, oder? Right, Junge? Oh! Ist hier nicht Bullitt vorher Angst? Ne, das ist in anderen Orte. Hier fängt es wieder an. Ja, was muss ich denn machen? Hier sind wir dann hochgegangen. Hinten geht es wieder zum Zelt. Kann sein, dass wir einfach die ganze Zeit im Kreis laufen. Aber hier geht es weiter, komm. Nur weil das ist dieses Ding. Easy, boy. Es ist jetzt weg. Oh nein. Ich glaube, das war irgendwas von der Hexe. Und jetzt haben wir sie wütend gemacht. Und jetzt wird sie uns dann töten. Okay. Sind wir hier durch? Ich glaube schon, oder? Ja. Ist hier hoch, oder? Ich komme, wir gehen mal weiter. Was hat wohl das? Oha, eine Bärenfalle. Ähm, wie kann ich die angucken? Achso. Ja. Oh, hier liegt auch Blut. Ähm, kannst du mal bitte suchen? Na mal. Juckt, er macht noch nichts. Komm mit. Ist Bulle noch da? Komm hier, boy. So, wo kommst du denn nicht? Irgendwas. Was haben wir? Hat er irgendwas gefunden? Oder bist du einfach da? Heal. Weil beim Suchen hat er auch nichts gefunden, scheinbar. Ah, jetzt kommt er wieder. Okay, keine Ahnung. Er war vielleicht einfach ein bisschen verwirrt. Deswegen ist, ich halte einfach mehr aufschauen nach dieser Hexe. Vielleicht meine Witch heißt Hexe. Das ist wahrscheinlich eine Hexe. Aber ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen auf Details achten. Jetzt sind wir schon wieder beim Zelt. Jetzt bin ich verwirrt. Wie haben wir hier wieder? Ja. Hey. Ich glaube, das ist extra. Ich glaube, wir kommen nur hier zurück. Immer wieder. Aber dann nicht jedes Mal irgendwas anderes. Kann ich hier wieder zurückkommen? Aber wie gehen wir hier hoch? Ich glaube, es ist alles so ein bisschen verhext. Das war doch mal letztes Mal. Also das letzte Foto war doch genau gleich, oder nicht? Warte mal, jetzt sind wir schon wieder hier. Er hat uns teleportiert. Hä? Jetzt gehen wir mal hier hoch. Dann lass es doch hoch. Ich hoffe, es ist irgendwas. Ah, nee, das ist nur verpackt. Okay, viel anzeige. Hier ist was. Wenn du meinst. Was ist denn hier? 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 Ich bin wieder hier. Hey,akel hier. Komm her, procede. Was ist denn hier? Okay, dann achte sie mal. Wie findest du, siehst du einfach? Irgendwas... Nichts da, oder? Wieder hier oder hier? Wie geht mal hier? Hä, da sind wir doch wohl auch gestorben. Also ich versteh es nicht. Irgendwie werden wir die ganze Zeit in... ...Heiß laufen. Irgendwie nix finden. Oh. Was ist denn? So paranormal eigentlich. Die sind wir schon wieder hier. Mein Gott. Jetzt ist es wieder hell. Alles klar. Zwei. Zehn. Ist du von uns? Nee egal. Ja. Was machen wir denn jetzt? Den Hals? Ein bisschen verwirrt. Wir sind einfach schon wieder hier. Wollen wir in Zirkeln gehen? Ich glaube nicht. Guck mal. Ähm. Also. Jedes Mal. Egal welchen Weg das wir machen. Wir sind immer wieder hier. Was soll ich denn machen? Ich schlafe jetzt einfach. Aber relativ neu. Wahrscheinlich nicht etwas, das ein neunjährigeriger kann. Das hat sie gebracht. Wollen wir eigentlich schlafen? Aber. Was? Ah. Ah. Es ist wiegel. Oh da ist es gefunden. Oh da ist ein bisschen verwirrt. Was ist hier drin? Ah. Du hast nichts? Aber. Er hatte doch gerade Angst. Also. Oder nicht? Wenn man eher Angst hatte, habe ich dann noch mehr Angst. Ja. Toll. Wo müssen wir die jetzt? Ich weiß nicht. An dem Baum. Oh da ist er so gut. Was ist das? Kann der sonst etwas wieg? Oh da ist er so gut. Oh da ist er so gut. Und dann. Wenn er so gut ist. Kann der sonst etwas wieg? Ja. Ich muss den auch ein bisschen streiten, weil da und da hinten so gut. ähm ähm ja toll machen wir jetzt wir enttend jetzt so ein bisschen nach vorne zu gehen kommst du mit hier waren wir glaube ich noch nie in der Bärenfalle oh Gott hör auf also wir haben fast reingerannt also komm wir müssen weg hier das rennt ja wirklich noch rein aber er sucht glaube ich hier irgendwas oder nicht search ah seek nee nothing there huh ähm okay wir können noch mal kurz ah oh ja können sie gut haben wir hier wahrscheinlich auch hallo hallo ist jemand nicht nur hallo was hat er dem Hund da nämlich vorhin auch was ist das ist das das ist ist was hier war das dieses komische Ding in diesem Seil so das machen wir jetzt hier hoch vielleicht hier runter gehts ja offensichtlich wahrscheinlich wieder zum Camp zum Camp zum äh zum wie sagt man zum Zelt halt wenn wir hier weiter gehen kommen wir wieder oder teleportieren oder so das ist das Zelt dann gehen wir mal hier durch hier waren wir wirklich noch nie noch gar nie lösen wir eigentlich vielleicht auch ein bisschen von Weg ab hier irgendwie noch vorstellen was was erlaufen ja so hat uns gesehen ist was noch da und jetzt ist es wieder weg man wenn die auch ein bisschen weil die haben auch keinen Plan haben wo du ich ja spontan auf irgendetwas jetzt sind wir schon wieder hier glaubst du nicht ja leute dann äh würde ich mal sagen da Aufnahme ist trotzdem schon voll lange ist weil ich das schon voll lange gesucht habe würde ich sagen war es das mit Blair Witch vielleicht könnt ihr mir Tipps in die Kommentare schreiben wie ich weiterkomme weil ich hab kein Plan naja wäre auf jeden Fall irre ähm werde mich da auch nochmal ein bisschen schlau machen ich und Hundi sind jetzt over and out und bis zum nächsten Mal alle Ciao und bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020